der der zweite teil der toten seelen ist nur als fragment erhalten darum wurde an positionen wo text fehlt folgender ton eingefügt tientjetnikow gewöhnte sich bald an den dienst dieser wurde ihm aber nicht zur hauptsache und zum lebensziel wie er anfangs gehofft hatte sondern zu einer angelegenheit zweiten ranges er diente ihm zur besseren einteilung seiner zeit indem er ihn zwang die ihm bleibenden freien stunden besonders zu schätzen sein onkel der wirkliche staatsrat glaubte schon daß aus seinem neffen etwas gescheites werden würde doch der neffe machte ihm einen strich durch die rechnung unter den freunden andrei iwanowitschs von denen er recht viele hatte befanden sich zwei die zu den sogenannten verbitterten menschen zu zählen wären sie gehörten zu jenen unruhigen und seltsamen charakteren die nicht nur keine ungerechtigkeit sondern auch nichts was ihnen als eine ungerechtigkeit erschien ruhig mit ansehen können im grunde gutmütig doch in ihren handlungen unordentlich verlangten sie von den anderen jede rücksicht waren aber selbst unduldsam gegen alle anderen durch ihre feurigen reden und durch ihre edle entrüstung gegen die gesellschaft machten sie auf tientjetnikow einen starken eindruck sie machten ihn nervös weckten in ihm den geist der reizbarkeit und zwangen ihn alle die kleinigkeiten zu beachten denen er früher auch nicht die geringste bedeutung geschenkt hatte Fyodor Fyodor Fyodorowitsch Lenitzen der vorstand einer der abteilungen die sich im prunkvollen saale befanden missfiel ihm plötzlich er fand an ihm plötzlich eine menge fehler es schien ihm dass Lenitzen sich bei den gesprächen mit vorgesetzten in ein stück zucker verwandelte und zu essig werde wenn sich an ihn ein untergebener wandte dass er nach art aller kleinlichen menschen gegen alle beamten eingenommen sei die an feiertagen ihm nicht ihre glückwünsche darbrachten und an jenen rache nehme die ihre namen nicht auf die beim portier ausliegenden gratulationslisten eintrugen infolgedessen empfand er gegen ihn eine nervöse abneigung ein böser geist versuchte ihn diesem Fyodor Fyodorowitsch eine unannehmlichkeit zu bereiten mit besonderem genuss suchte er nach einer gelegenheit dazu und er fand sie auch schließlich einmal hatte er mit ihm eine so heftige auseinandersetzung dass an ihn die aufforderung erging entweder Lenitzen um verzeihung zu bitten oder seinen abschied zu nehmen er nahm seinen abschied der onkel der wirkliche staatsrat kam zu ihm ganz erschrocken ins haus und flehte ihn an um christi willen andrei ivanovic was machst du für sachen wie kann nur ein mensch eine so glücklich angefangene karriere aufgeben bloß weil er einen vorgesetzten bekommen hat der ihm nicht passt was fällt dir ein wenn man darauf sehen wollte so bliebe bald niemand im amte komme zu dir gib deinen stolz und ehrgeiz auf fahre zu ihm hin und setze dich mit ihm auseinander es handelt sich nicht darum onkelchen sagte der neffe es würde mir nicht schwer fallen ihn um verzeihung zu bitten ich bin schuld er ist mein vorgesetzter und ich habe mit ihm nicht so reden dürfen die sache ist aber die mir steht ein anderer dienst bevor ich habe dreihundert leibeigene das gut ist vernachlässigt der verwalter ein dummkopf der staat verliert nicht viel wenn auf meinem platze in der kanzlei sich jemand anders hinsetzt um die papiere abzuschreiben es ist aber für den staat ein großer verlust wenn dreihundert menschen keine steuern entrichten ich bin was glauben sie wohl ein gutsbesitzer welcher der dienst wenn ich für die erhaltung schonung und die besserung der lage der mir anvertrauten menschen sorge tragen und dem staate dreihundert ordentliche nüchterne arbeitsame untertanen liefere ist dann mein dienst weniger wert als der eines abteilungsvorstandes lenizin der wirkliche staatsrat riß vor erstaunen den mund auf einen solchen redestrom hatte er nicht erwartet nach kurzer überlegung begann er folgendermaßen aber immerhin trotzdem wie kann man sich nur auf dem lande begraben was für eine gemeinschaft kann zwischen dir und den bauern bestehen hier begegnet man auf der straße mal einem general oder einem fürsten du kommst auch selbst an einem vorbei nun die gasbeleuchtung das industrielle europa dort aber ist alles was du siehst entweder ein bauer oder ein bauernweib für welches vergehen hast du dich zum lebenslänglichen umgang mit dem rohen volke verurteilt alle diese überzeugenden vorstellungen des onkels machten auf den neffen keinen eindruck das flache land erschien ihm als eine angenehme zufluchtsstätte als ein nährboden für träume und gedanken als das einzige feld einer nutzbringenden tätigkeit schon hatte er sich die allerneuesten werke über landwirtschaft angeschafft mit einem worte etwa zwei wochen nach diesem gespräch befand er sich schon in der nähe der gegend wo er seine kindheit verbracht hatte in der nähe jenes herrlichen winkels den die gäste und besucher gar nicht genug bewundern konnten ein neues gefühl war in ihm erwacht in seiner seele regten sich die alten eindrücke die so lange nicht zum ausbruch kommen konnten viele plätze hatte er schon vergessen und er betrachtete so neugierig wie ein neuling die herrlichen bilder die sich seinem auge boten und plötzlich begann sein herz er wusste selbst nicht warum heftig zu pochen als die straße als enge schlucht ins dickicht des großen verwilderten waldes drang als er oben und unten über und unter sich dreihundertjährige eichen die drei männer umfassen konnten untermischt mit fichten ulmen und schwarzpappeln sah die die wipfel der pappeln überragten als man ihm auf die frage wem gehört dieser wald antwortete tientietnikow als die straße dann den wald verließ und zwischen wiesen an espengehölz jungen und alten weiden vorbei angesichts der fernen hügelzüge vorüber zog und auf zwei brücken über den gleichen fluss führte der ihr bald zur rechten und bald zur linken lag und als er auf die frage wem gehören diese wiesen die antwort bekam tientietnikow als die straße dann bergauf ging und über eine flache hochebene weiter zog einerseits an den noch nicht gemähten korn weizen und gerstenfeldern andererseits an allen den plätzen vorbei an denen er schon einmal vorbeigefahren war und die nun perspektivisch verkürzt dalagen als die straße allmählich dunkel werdend in den schatten der mächtigen weit verzweigten bäume tauchte die auf dem grünen teppich bis dicht vor das dorf verstreut dalagen und als die mit schnitzwerk verzierten bauernhäuser und die roten dächer der steinernen gutsgebäude auftauchten und die goldenen kirchenkuppeln erglänzten als das glühende pochende herz auch ohne zu fragen wusste wo es sich nun befand da kamen endlich die gefühle die sich in ihm während der ganzen fahrt angesammelt hatten in den lauten worten zum ausdruck war ich denn nicht ein narr bisher das schicksal hatte mich zum besitzer des irdischen paradieses gemacht und ich verdammte mich zum sklavendienst der im beschmieren toter papiere bestand nachdem ich eine ordentliche erziehung genossen mir eine bildung angeeignet und einen großen vorrat von kenntnissen angesammelt hatte die man zur verbreitung des guten unter den untergebenen zur hebung eines ganzen bezirks zur erfüllung der verschiedenartigen pflichten des gutsbesitzers brauchen kann welcher zugleich richter verwalter und hüter der ordnung ist vertraute ich diesen posten einem unwissenden verwalter an und zog es vor angelegenheiten fremder leute zu besorgen die ich nie gesehen habe deren charaktere und eigenschaften ich nicht kenne habe der echten verwaltung eine papierne fantastische verwaltung von provinzen vorgezogen die tausende von werst entfernt sind die ich nie mit dem fuße betreten habe und wo ich nur eine menge von unsinn und dummheiten anstellen kann indessen erwartete ihn ein anderes schauspiel als die bauern von der ankunft ihres herrn erfuhren versammelten sie sich alle vor dem herrenhause er sah sich von allerlei hauben kopftüchern bauernröcken und malerischen vollwerten der hübschen bevölkerung umgeben als die worte erklangen unser ernährer hast dich doch unser erinnert und als viele alte männer und frauen die noch seinen großvater und urgroßvater gekannt hatten unwillkürlich in tränen ausbrachen konnte er sich nicht mehr der tränen enthalten und dachte sich so viel liebe wofür weil ich sie nie gesehen und mich um sie noch nie gekümmert habe und er leistete das gelübde mit ihnen alle arbeit und mühe zu teilen und er fing an sein gut zu verwalten er setzte den erbzins herab und ließ die bauern weniger tage für den gutsbesitzer und mehr tage für sich selbst arbeiten den dummen verwalter jagte er davon er begann sich selbst um alles zu kümmern er zeigte sich auf den feldern auf der tenne in den getreidespeichern in den mühlen am landungsplatz beim laden und bei der abfahrt der kähne sodass die faulen anfingen sich den nacken zu kratzen dies dauerte jedoch nicht so lange so ein bauer ist gar nicht dumm er begriff bald dass der herr zwar mit großem eifer dabei war und auch den willen hatte alles anzufassen dass er aber noch nicht wusste wie es anzufassen sei dass er gebildet rede und ihnen nichts einzupauken versuche so kam es daß der herr und der bauer man kann nicht sagen daß sie sich nicht verstanden sich aber nicht einander anzupassen und den gleichen ton zu treffen vermochten tientjetnikov merkte dass auf seinem boden alles viel schlechter gedieh als auf dem der bauern es wurde zwar früher gesät ging aber später auf und doch schienen die bauern ordentlich zu arbeiten er wohnte den arbeiten selbst bei und ließ den leuten sogar ab und zu ein glas schnaps für ihre mühe reichen bei den bauern aber wogte das korn schon längst in hohen halmen der hafer war aufgegangen die hirse wuchs in dichten büscheln bei ihm stand aber das korn erst in dünnen halmen mit noch leeren ähren mit einem worte der herr merkte daß die bauern trotz aller erleichterungen einfach schwindelten er versuchte ihnen vorwürfe zu machen bekam aber folgende antwort ist denn möglich herr daß wir nicht an den nutzen der herrschaft dächten sie beliebten doch selbst zu sehen wie wir uns beim ackern und säen abgemüht haben sie haben uns ja auch je ein glas schnaps geben lassen was konnte er darauf entgegnen warum ist es nun so schlecht geraten fragte der herr weiter wer kann das wissen die würmer werden es wohl von unten angenagt haben und dann ist auch der sommer so schlecht es hat noch keinen regen gegeben der herr sah aber daß das getreide der bauern unten von keinen würmern angenagt war auch hatte es so seltsam geregnet in lauter streifen der regen hatte nur die felder der bauern getroffen aber die des herrn mit keinem einzigen tropfen bedacht noch schwerer fiel es ihm mit den weibern auszukommen sie bettelten fortwährend um befreiung von der arbeit und beklagten sich über den schweren frohendienst eine merkwürdige sache er hatte alle lieferungen von leinwand beeren pilzen und nüssen abgeschafft und ihre sonstigen arbeiten um die hälfte gekürzt in der annahme dass die weiber diese zeit ihrem haushalt widmen die kleidung ihrer männer instand halten und die gemüsegärten vergrößern würden doch gefehlt unter dem schönen geschlecht kamen faulheit schlägereien klatsch und zank auf so daß die männer zu ihm jeden augenblick mit solchen worten kamen herr bring doch meine hexe zur raison sie ist ja ein wahrer satan und läßt einen gar nicht leben er wollte schon wenn auch mit selbstüberwindung zur strenge greifen wie konnte er aber streng sein so ein weib kam zu ihm als echtes weib es begann zu heulen war krank und schwach und hatte ekelhafte hässliche lumpen an wo es diese lumpen her nahm das weiß gott allein geh geh mir aus den augen gott sei dir gnädig sagte der arme tientjetnikov und sah gleich darauf wie die kranke nachdem sie zum tore hinaus war mit einer nachbarin wegen einer rübe in streit geriet und diese so verprügelte wie es auch der kräftigste bauer kaum fertig bringen kann er versuchte für sie eine schule zu gründen doch daraus wurde solch ein unsinn dass er den kopf hängen ließ hätte er es lieber gar nicht angefangen wenn er ihre streitigkeiten zu schlichten hatte so zeigte es sich dass ihm alle die juristischen finessen die ihm seine philosophischen professoren beigebracht hatten nichts nützten die eine partei log auch die andere partei log der teufel allein konnte sich da auskennen er sah das einfache menschenkenntnis viel nützlicher wäre als alle feinheiten der philosophischen und juristischen bücher er sah wohl ein dass ihm etwas fehlte doch was das wusste gott allein und so kam es was so oft kommt weder verstand der bauer den herrn noch der herr den bauern der bauer sah den herrn von einer unvorteilhaften seite ebenso der herr den bauern dies alles kühlte erheblich den eifer des gutsbesitzers ab die feldarbeiten verfolgte er nun ohne jede aufmerksamkeit wenn die sensen bei der heuernte leise rauschten das heu zu schobern aufgerichtet oder auf wagen verladen wurde und die arbeit sich dicht vor ihm abspielte so blickten seine augen in die ferne wurde aber die arbeit in der ferne verrichtet so hefteten sich seine augen auf irgendeinen gegenstand in der nähe oder blickten zur seite auf irgendeine windung des flusses wo ein martin mit roter nase und roten beinen spazierte natürlich ein vogel und kein mensch er sah neugierig zu wie der vogel am ufer einen fisch fing und ihn quer im schnabel haltend sich überlegte ob er ihn verschlingen solle oder nicht zugleich blickte er auf eine andere stelle des ufers wo in der ferne ein zweiter eisvogel schimmerte der noch keinen fisch gefangen hatte doch aufmerksam den ersten beobachtete der schon einen hatte oder er kniff die augen zusammen wandte das gesicht den himmelsräumen zu und überließ es seiner nase den duft der felder aufzunehmen und seinen ohren sich am gesang der bewohner der lüfte zu erfreuen der von überall vom himmel und von der erde kommend sich zu einem einzigen harmonischen chore ohne misston vereinte im korn schlägt eine wachtel im grase schnarrt ein wiesenschnarrer über ihnen zwitschern die hänflinge blökt eine in die höhe gestiegene sumpf schnäpfe trillert im lichte verschwindend eine lerche wie trompetentöne klingen die schreie der kraniche die hoch in den lüften ihre dreieckigen züge bilden und alles weckt einen widerhall in der ganzen umgegend die sich in musik verwandelt hat o schöpfer wie herrlich ist deine welt in der wildnis im kleinen dorfe fern von den gemeinen landstraßen und städten aber auch dies wurde ihm bald langweilig bald hörte er ganz auf aufs feld zu gehen zog sich in seine zimmer zurück und empfing nicht einmal den verwalter wenn der mit einem bericht zu ihm kam früher besuchte ihn ab und zu mancher von seinen nachbarn ein husarenleutnant ade ganz von pfeifenrauch durchräuchert oder irgendein radikaler student der die studien nicht abgeschlossen und seine weisheit aus den modernen broschüren und zeitschriften geschöpft hatte aber auch dies begann ihn zu langweilen ihre gespräche erschienen ihm allzu oberflächlich ihr europäisch ungeniertes benehmen das klopfen aufs knie ebenso ihre schmeichelei und familiarität kamen ihm allzu ungezwungen und unverblümt vor er entschloß sich alle diese bekanntschaften aufzugeben und machte das auf eine recht schroffe weise als ihn nämlich einmal der in seinen oberflächlichen gesprächen über alle möglichen dinge so angenehme war war der den im aussterben begriffenen typus der draufgängerischen obersten und zugleich auch die allerneuste geistesrichtung repräsentierte besuchte um mit ihm nach herzenslust über alles mögliche zu sprechen über politik philosophie literatur moral und sogar den zustand der englischen finanzen ließ er ihm sagen er sei nicht zu hause beging aber zugleich die unvorsichtigkeit sich am fenster zu zeigen die blicke des hausherrn und des gastes trafen sich der eine murmelte natürlich durch die zähne so ein vieh und der andere rief ihm gleichfalls etwas wie schwein nach damit endeten ihre beziehungen seitdem besuchte ihn kein mensch mehr er war froh darüber und faßte den plan zu einem großen werk über rußland wie er sich diesen plan überlegte hat der leser schon gesehen in seinem leben stellte sich eine merkwürdige unordentliche ordnung ein man kann jedoch nicht sagen daß es keine augenblicke gegeben hätte wo er nicht gleichsam aus dem schlafe erwachte wenn die post ihm zeitungen und zeitschriften brachte und er irgendwo den ihm bekannten namen eines ehemaligen freundes las der es im staatsdienste zu einer ansehnlichen stellung gebracht oder nach kräften den wissenschaften oder der sache der menschheit diente beschlich ein stummer stiller schmerz seine seele und ihm entrang sich eine traurige stumme klage über seine tatenlosigkeit in solchen augenblicken erschien ihm sein leben widerwärtig und hässlich mit ungewöhnlicher deutlichkeit erstand vor ihm die entschwundene schulzeit und er sah vor sich alexandr petrowitsch ströme von tränen stürzten ihm aus den augen was bedeuteten diese tränen deckte in ihnen seine krankende seele das schmerzhafte geheimnis ihrer krankheit auf dass der große mensch der im begriffe war sich in seinem innern zu bilden keine zeit gehabt hatte sich zu formen und zu erstarken dass er der nicht von kind auf im kampfe mit misserfolgen erprobt war noch nicht jenen höheren zustand erreicht hatte wo der mensch gerade durch hindernisse und misserfolge wächst und erstarkt daß sein reicher vorrat an großen gefühlen der gleich glühendem metall geschmolzen war nicht die letzte härtung bekommen hatte daß ihm viel zu früh sein ungewöhnlicher lehrer gestorben war und daß er nun niemand auf der ganzen welt hatte der die kraft hätte seinen durch ewiges schwanken erschütterten und jeder elastizitätbaren kraftlosen willen zu festigen der seiner seele anspornend das ermunternde wort vorwärts zuriefe nachdem jeder russe von jedem rang und stande auf jeder lebensstufe dürstet wo ist der mensch der uns in der muttersprache unserer russischen seele das allmächtige wort vorwärts zuzurufen vermöchte der uns mit allen kräften und eigenschaften und der ganzen tiefe unserer natur vertraut mit einem einzigen zauberwink zu einem höheren leben lenken könnte mit welchen tränen mit welcher liebe würde es ihm der dankbare russische mensch bezahlen doch die jahrhunderte vergehen schmachvolle faulheit und die sinnlose geschäftigkeit eines unreifen jünglings umfangen und gott schickt uns nicht den mann der dieses wort zu sprechen vermöchte ein umstand hätte ihn beinahe geweckt beinahe hätte sich sein charakter von grund auf verändert er erlebte etwas wie liebe doch die sache führte zu nichts in seiner nachbarschaft zehn verst von seinem gute entfernt lebte ein general der wie wir es schon hörten nicht allzu günstig über tjentjetnikow sprach der general lebte wie ein richtiger general hielt ein offenes haus liebte es daß seine nachbarn ihn besuchten um ihm ihre achtung zu bezeugen erwiderte aber ihre visiten nicht sprach mit heiserer stimme las bücher und hatte eine tochter ein ungewöhnliches sonderbares wesen sie war so lebendig wie das leben selbst ihr name war olinka sie hatte eine recht merkwürdige erziehung genossen durch eine englische gouvernante die kein wort russisch sprach ihre mutter hatte sie sehr früh verloren der vater hatte für sie niemals zeit da er übrigens seine tochter wahnsinnig liebte hätte er sie nur verziehen können da sie in voller freiheit herangewachsen war war alles an ihr trotzig und eigensinnig wenn jemand gesehen hätte wie bei einem plötzlichen zornausbruch strenge falten ihre herrliche stirn durchfurchten und wie hitzig sie mit ihrem vater stritt hätte er glauben müssen sie sei das launischste geschöpf ihr zorn entbrannte aber nur dann wenn sie von irgendeiner ungerechtigkeit oder einer bösen tat hörte ganz gleich an wem sie verübt worden war niemals stritt sie aber um ihrer selbst willen niemals suchte sie sich selbst zu rechtfertigen ihr zorn würde sofort verpuffen wenn sie den gegen den sie zürnte im unglück sähe auf jede bitte um ein almosen war sie bereit wem es auch sei ihren beutel mit seinem ganzen inhalt zuzuwerfen ohne erst irgendwelche überlegungen oder berechnungen anzustellen es war etwas ungestümes an ihr wenn sie sprach so schien sie mit ihrem ganzen wesen ihren gedanken nachzueilen mit ihrem gesichtsausdruck mit ihrem tonfall mit ihren handbewegungen selbst die falten ihres kleides strebten gleichsam in dieselbe richtung und man hatte den eindruck daß sie gleich selbst ihren eigenen worten nachfliegen würde nichts blieb an ihr verborgen vor keinem menschen scheute sie ihre gedanken zu äußern und keine gewalt vermochte sie zum schweigen zu bringen wenn sie sprechen wollte ihr bezaubernder nur ihr allein eigentümlicher gang war dermaßen frei und sicher dass ihr jeder unwillkürlich den weg freigab in ihrer gegenwart fühlte sich jeder böse mensch verlegen und mußte verstummen der keckste und im gespräch ungezwungenste mensch fand in ihrer gegenwart keine worte und verlor jede sicherheit ein schüchterner konnte aber mit ihr so lebhaft plaudern wie er in seinem ganzen leben noch mit niemand geplaudert hatte und hatte gleich zu beginn des gespräches den eindruck als sei er mit ihr schon einmal irgendwo bekannt gewesen als hätte er ihre züge schon einmal gesehen als hätte er dies in den tagen der schon vergessenen kindheit erlebt in seinem vaterhause an einem lustigen abend unter freudigen kinderspielen und nach einem solchen gespräch erschien ihm lange noch das vernünftige alter des menschen so furchtbar langweilig dasselbe erlebte mit ihr auch tientietnikov ein unaussprechliches neues gefühl drang in seine seele sein langweiliges leben wurde für einen augenblick erhellt der general nahm tientietnikov anfangs recht gut und freundlich auf intim wurden sie jedoch nicht ihre gespräche endeten immer mit einem streit und einem unangenehmen gefühl auf beiden seiten denn der general liebte keinen widerspruch und tientietnikov war auch seinerseits recht empfindlich der tochter zuliebe vergab er natürlich dem vater vieles und der friede zwischen ihnen blieb erhalten bis einmal der generalbesuch von zwei verwandten erhielt der gräfin bardirjowa und der fürstin juzjakina zwei hofdamen des früheren hofes die aber noch einige verbindungen behalten hatten aus welchem grunde der general sie auf eine recht gemeine weise umschmeichelte gleich nach ihrer ankunft kam es tientietnikov vor daß der general etwas kühler gegen ihn sei ihn überhaupt nicht beachte oder wie ein stummes geschöpf behandle er apostrophierte ihn etwas wegwerfend mit mein lieber hör mal bruder und selbst mit du da riß seine geduld er biß jedoch die zähne zusammen und hatte noch so viel geistesgegenwart um mit einer ungemein höflichen und sanften stimme zu sagen während auf seinem gesicht flecken hervortraten und alles in ihm kochte ich danke ihnen general für ihre zuneigung mit dem worte du fordern sie mich zu einer intimeren freundschaft auf und verpflichten mich auch zu ihnen du zu sagen doch der unterschied im alter steht einem solchen familiären verkehr zwischen uns im wege der general fühlte sich verlegen seine gedanken sammelnd und nach passenden worten suchend sagte er daß er das wort du nicht in diesem sinne gebraucht habe und daß es einem alten manne zuweilen erlaubt sei einen jüngeren mit du anzureden von seinem rang sprach er aber kein wort selbstverständlich hörte darauf jeder verkehr zwischen ihnen auf und die liebe endete gleich beim beginn das licht das für eine weile vor ihm aufgeleuchtet hatte erlosch und die nun folgende dämmerung wurde noch düsterer sein leben nahm die gestalt an wie es der leser zu beginn dieses kapitels gesehen hat er verbrachte es im liegen und im müßiggang in seinem hause kamen schmutz und unordnung auf die bodenbürste blieb tagelang mit dem kehricht mitten im zimmer die unterhosen zeigten sich selbst im salon auf dem eleganten tisch vor dem sofa lagen schmutzige hosenträger gleichsam als präsent für den gast und sein ganzes leben wurde so unbedeutend und verschlafen daß ihn nicht nur seine leibeigenen nicht mehr achteten sondern auch die hühner nach ihm pickten mit der feder in der hand vor einem blatt papier sitzend zeichnete er stundenlang kringel häuschen hütten bauernwagen und treukas zuweilen vergaß sich aber die feder und zeichnete ganz von selbst ohne wissen ihres herrn ein kleines köpfchen mit feinen zügen mit einem schnellen durchdringenden blick und einer emporfliegenden haarflechte und tientjetnikow sah mit erstaunen das bildnis des mädchens erstehen dessen porträt wohl kein künstler hätte malen können und es wurde ihm noch trauriger zumute er glaubte daß ein glück auf erden unmöglich sei und wurde nur noch trauriger und schweigsamer abschnitt 26 von die toten seelen von nikolaj vasilievich gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil erstes kapitel drei der zweite teil der toten seelen ist nur als fragment erhalten darum wurde an positionen wo text fehlt folgender ton eingefügt so war der gemütszustand andrei iwanowitsch tientjetnikows als er einmal nach seiner gewohnheit am fenster saß und wie immer hinausblickte hörte er zu seinem erstaunen weder den grigori noch die dafür machte sich im hofe gegenüber eine gewisse bewegung und unruhe bemerkbar der küchenjunge und die spülfrau liefen hinaus um das tor zu öffnen im tore zeigten sich pferde ganz wie man sie auf triumphpforten sieht eine schnauze nach rechts eine schnauze nach links und eine schnauze in der mitte über ihnen ragten auf dem bock ein kutscher und ein lakai in einem mit einem taschentuch umgürteten weiten rock hinter ihnen saß ein herr in mantel und mütze mit einem regenbogenfarbigen tuch um den hals als die equipage vor dem hauseingange umwendete zeigte es sich daß es nichts anderes als ein leichter reisewagen auf federn war der herr von einem ungewöhnlich angenehmen äußern sprang mit einer beinahe militärischen behändigkeit und gewandtheit aus dem wagen andrei iwanowitsch bekam angst er hielt den herrn für einen beamten von der regierung es muss erwähnt werden dass er in seiner jugend in eine sehr dumme geschichte hineingeraten war zwei philosophen aus dem husarenstande die allerlei broschüren gelesen hatten ein ästhet der seine studien nicht abgeschlossen hatte und ein verkrachter spieler gründeten eine philanthropische gesellschaft unter dem vorsitz eines alten gauners und freimaurers der gleichfalls kartenspieler war aber eine ungewöhnliche rednergabe besaß die gesellschaft verfolgte sehr weit gesteckte ziele nämlich der ganzen menschheit von den temseufern bis kamtschatka ein dauerndes glück zu verschaffen sie brauchte dazu kolossale barmittel und die großmütigen mitglieder mußten unglaubliche summen spenden was mit diesem gelde geschah wußte nur der oberleiter allein in diese gesellschaft wurde tentjetnikow von zwei seiner freunde hereingezogen die zur klasse der verbitterten menschen gehörten sie waren zwar gute menschen aber infolge der vielen toaster auf die wissenschaft die aufklärung und die der menschheit in zukunft zu erweisenden dienste zu richtigen säufern geworden tentjetnikow kam bald zur besinnung und trat aus diesem kreise aus doch die gesellschaft hatte sich schon auf andere dinge verlegt die eines edelmannes unwürdig sind und so bekam man es mit der polizei zu tun darum ist es auch kein wunder daß er nach seinem austritt aus der gesellschaft und nach abbruch aller beziehungen zu ihr nicht recht ruhig bleiben konnte sein gewissen war irgendwie belastet nicht ohne angst blickte er darum auf die türe die sich vor ihm öffnete seine angst verflüchtigte sich aber sofort als der gast sich vor ihm mit einer ungewöhnlichen gewandtheit verbeugte wobei er den kopf respektvoll zur seite geneigt hielt und ihm in kurzen doch sicher vorgebrachten worten erklärte dass er wie in geschäften so auch von wissbegierde getrieben schon seit längerer zeit russland bereise dass unser reich von der verschiedenheit der gewerbe und bodenarten ganz abgesehen eine ungeheure menge von bemerkenswerten dingen aufzuweisen habe daß ihn die malerische lage seines gutes bezaubert habe daß er aber trotz dieser malerischen lage sich niemals erlaubt hätte ihn mit seinem ungelegenen besuch zu belästigen wenn nicht seine equipage infolge der frühlingsüberschwemmung und der schlechten straßen einen bruch erlitten hätte der die hilfe von schmieden und anderen handwerkern erfordere und daß er selbst wenn mit seiner equipage nichts passiert wäre sich dennoch nicht das vergnügen hätte versagen können ihm persönlich seine hochachtung zu bezeugen nachdem der gast diese rede beendigt hatte schlug er mit einer bezaubernden anmut die hacken seiner in eleganten halbschuhen aus glacéleder mit perlmutknöpfen steckenden füße zusammen und prallte gleich darauf trotz seiner körperfülle mit der leichtigkeit eines gummiballs etwas zurück andrei iwanowitsch wurde ruhig und sagte sich daß es wohl ein wißbegieriger gelehrter professor sei der rußland bereise um vielleicht irgendwelche pflanzen oder vielleicht auch fossilien zu sammeln er erklärte sich sofort bereit ihm in allen dingen behilflich zu sein er stellte ihm seine eigenen handwerker wagenbauer und schmiede zur verfügung bat ihn sich so bequem zu machen wie im eigenen hause setzte ihn in einen bequemen großvatersessel und machte sich bereit seinen vortrag über irgendein naturwissenschaftliches thema anzuhören der gast berührte jedoch vorwiegend erscheinungen der inneren welt er verglich sein leben mit einem schiffe mitten im meere das von allen seiten von unbeständigen winden herumgetrieben wird er erwähnte daß er genötigt gewesen sei mehrere berufe zu wechseln daß er für die wahrheit viel ungemach erlitten daß ihm sogar seitens seiner feinde lebensgefahr gedroht habe er erzählte noch viele andere dinge die eher von einem mann des praktischen lebens zeugten zum schlusse seiner rede schneuzte er sich in ein weißes batisttaschentuch so laut wie es andrei iwanowitsch noch nie gehört hatte zuweilen gibt es im orchester so eine verdammte trompete wenn die einen ton von sich gibt glaubt man er sei nicht im orchester sondern im eigenen ohre entstanden ein ähnlicher ton erdröhnte in den aus dem schlafe erwachten zimmern und gleich darauf verbreitete sich der wohlgeruch von kölnischem wasser der wohl unsichtbar dem batisttaschentuch mit dem der gast fächelte entströmte der leser hat vielleicht schon erraten daß der gast niemand anders war als unser verehrter von uns schon so lange verlassener pawel iwanowitsch tschitschikow er war etwas gealtert diese zeit war an ihm wohl nicht ohne stürme und unruhe vorübergegangen selbst sein frack schien etwas abgetragen zu sein auch der wagen der kutscher der lakai die pferde und das geschirr sahen etwas abgerieben aus man hatte den eindruck daß auch seine finanzlage nicht beneidenswert sei doch der gesichtsausdruck der feine anstand und die angenehmen manieren waren noch dieselben er zeigte vielleicht sogar noch mehr anmut wenn er sich in den sessel setzend die füße kreuzte in seiner aussprache war noch mehr weichheit in seinen worten und wendungen noch mehr vorsichtige mäßigung er zeigte ein noch feineres benehmen und noch mehr takt in allen dingen weißer und reiner als schnee waren sein kragen und vorhemd und obwohl er direkt aus dem reisewagen stieg war an seinem frack auch nicht ein federchen zu sehen man könnte ihn auf der stelle zu einem geburtstagsessen einladen seine wangen und sein kinn waren so sorgfältig rasiert daß nur ein blinder ihrer angenehmen fülle und rundung seine bewunderung versagen würde sofort vollzog sich im hause eine veränderung die eine hälfte die bisher blind mit zugenagelten laden gelegen hatte wurde plötzlich sehend und hell in den nun erleuchteten zimmern fand jedes ding seinen platz und bald nahm alles folgendes aussehen an das zimmer das zum schlafzimmer bestimmt war nahm die dinge auf die man für die nachttoilette braucht das zimmer das zum kabinett ausersehen war zunächst müssen wir aber erwähnen daß es in diesem zimmer drei tische gab einen schreibtisch vor dem sofa einen kartentisch zwischen den fenstern und dem spiegel und einen ecktisch im winkel zwischen der schlafzimmertüre und der türe die zu dem unbewohnten saal mit invaliden möbeln führte welcher schon seit einem jahr von niemand betreten worden war und jetzt als vorzimmer dienen sollte auf diesem ecktische fanden die aus dem koffer hervorgeholten kleidungsstücke platz und zwar eine frackhose eine neue hose eine graue hose zwei samt und zwei atlaswesten und ein rock alle diese gegenstände wurden zu einer pyramide aufgeschichtet und oben mit einem seidenen taschentuche zugedeckt in der anderen ecke zwischen der türe und dem fenster wurden in schöner reihe die stiefel aufgestellt ein nicht ganz neues paar ein ganz neues paar ein paar lackhalbschuhe und ein paar morgenschuhe auch sie wurden schamhaft mit einem seidenen taschentuch zugedeckt so daß man von ihnen überhaupt nichts sah auf den schreibtisch kamen in der schönsten ordnung folgende gegenstände die schatulle eine flasche kölnisches wasser ein kalender und zwei romane beides zweite bände die reine wäsche kam in die kommode die sich schon im schlafzimmer befand die wäsche aber die der waschfrau übergeben werden sollte wurde zu einem bündel zusammengebunden und unter das bett gesteckt auch der nun geleerte koffer kam unter das bett der säbel den er mitzuführen pflegte um den dieben angst einzujagen kam gleichfalls ins schlafzimmer auf einen nagel in der nähe des bettes alles sah plötzlich ungewöhnlich sauber und ordentlich aus kein papierchen kein federchen kein stäubchen lag auf dem boden selbst die luft wurde gleichsam edler sie nahm den angenehmen geruch eines gesunden frischen mannes an der seine wäsche nicht zu lange trägt regelmäßig das dampfbad besucht und sich an sonntagen mit einem nassen schwamm abreibt im vorsaale wollte sich schon der geruch des lakein petruschka festsetzen aber petruschka wurde bald so wie es sich gehört in die küche umlogiert in den ersten tagen fürchtete andrei iwanowitsch für seine unabhängigkeit der gast könnte ihm seine freiheit nehmen irgendwelche veränderungen in seine lebensweise einführen und seine so glücklich aufgestellte tagesordnung stören diese befürchtungen erwiesen sich aber als unbegründet unser pawel iwanowitsch zeigte eine ungewöhnliche fähigkeit sich an alles anzupassen er lobte die philosophische bedächtigkeit seines gastgebers und sagte sie verspreche ein leben von hundert jahren über seine vereinsamung äußerte er sich sehr glücklich nämlich in dem sinne dass sie die großen gedanken im menschen nähere nachdem er einen blick auf die bibliothek geworfen und sich über die bücher im allgemeinen sehr lobend ausgesprochen hatte bemerkte er dass sie den menschen vor müßiggang bewahren er verlor nicht viele worte aber alles was er sagte hatte hand und fuß in seinen handlungen war er noch tadelloser er kam und ging immer zur rechten zeit bemühte den hausherrn mit keinen fragen wenn dieser nicht gern sprechen wollte spielte mit vergnügen mit ihm schach und schwieg auch mit dem gleichen vergnügen während der eine den pfeifenrauch in schönen wolken aufsteigen ließ suchte sich der andere welcher keine pfeife rauchte eine entsprechende beschäftigung er holte zum beispiel seine schnupftabakdose aus thulasilber hervor hielt sie zwischen zwei fingern seiner linken hand fest und versetzte sie mit einem finger der rechten hand in rotation die der des erdballs um seine achse glich oder er trommelte auf ihr mit dem finger und pfiff etwas dazu mit einem wort er störte den hausherrn nicht im geringsten ich sehe zum ersten mal einen menschen mit dem ich leben kann sagte sich tientjetnikow diese kunst ist bei uns im allgemeinen wenig verbreitet es gibt unter uns wohl genug kluge gebildete und gute menschen aber menschen von stets gleichmäßigem charakter menschen mit denen man sein leben lang auskommen kann ohne sich mit ihnen zu entzweien ich weiß nicht ob es bei uns viele solche menschen gibt dieser ist der erste den ich sehe so äußerte sich tientjetnikow über seinen gast tschitschikow war seinerseits sehr froh darüber daß er sich für eine zeitlang bei einem so friedlichen und ruhigen herrn niedergelassen hatte das zigeunerleben hatte er nun ordentlich satt sich wenigstens einen monat in dem schönen dorfe angesichts der felder und des eben beginnenden frühjahrs auszuruhen war sogar in hinsicht auf die hämorrhiden von nutzen einen schöneren winkel zum ausruhen hätte man schwer finden können der von frösten spät aufgehaltene frühling zeigte sich plötzlich in seiner ganzen schönheit und überall regte sich neues leben schon blaute es in den waldlichtungen und auf dem frischen smaragdgrün der wiesen leuchtete gelber löwenzahn und neigten lila und rosa anemonen ihre zarten köpfchen über den sümpfen zeigten sich schwärme von eintagsfliegen und mengen anderer insekten sie wurden schon von den wasserspinnen gejagt und allerlei vögel versammelten sich im trockenen schilfe alles versammelte sich um einander in der nähe zu sehen plötzlich war die erde bevölkert plötzlich waren die wälder erwacht und in den wiesen begann es zu summen und zu tönen im dorfe tanzte man reigen es war ein vergnügen sich im freien aufzuhalten wie grell leuchtete das grün wie frisch war die luft wie laut zwitscherten die vögel in den gärten ein paradies ein jauchzen und jubilieren der ganzen kreatur das dorf tönte und sang wie bei einer hochzeit tschitschikow ging viel spazieren für seine spaziergänge hatte er eine große auswahl bald war sein ziel die hochebene über den sich unten breitenden tälern auf denen noch überall ganze seen reste der überschwemmung lagen und gleich inseln die noch unbelaubten wälder dunkelten oder er ging ins dickicht stieg in bewaldete gräben hinab wo die von vogelnestern beschwerten bäume sich drängten krächzende raben die kreuz und quer durch den himmel flogen und ihn verdunkelten auf dem schon trockenen wege konnte er auch zum landungsplatz gehen wo die ersten mit erbsengerste und weizen beladenen barken abgefertigt wurden während das wasser sich mit ohrenbetäubendem dröhnen über die räder deren bewegung kommenden mühle ergoß er ging auch hinaus um den ersten feldarbeiten beizuwohnen um zu sehen wie frisches ackerland als schwarzer streifen durch das grün zog und wie der sämann mit der hand auf das sieb schlagend das er auf der brust hängen hatte die saat gleichmäßig ausstreute ohne auch nur ein körnchen zu viel auf die eine oder die andere seite zu werfen tschitschikow kam überall hin er führte lange gespräche mit dem verwaltende den bauern und dem müller er erfuhr alles wie es mit der wirtschaft gehe für welchen betrag getreide verkauft werde was man im frühling und im herbst am mahlen von getreide verdiene wie jeder bauer heiße und mit wem er verwandt sei wo er seine kuh gekauft habe und womit er sein schwein füttere mit einem wort er stellte alles fest er erkundigte sich auch wie viel bauern gestorben waren und erfuhr daß es nur wenige seien als kluger mensch merkte er sofort daß die wirtschaft andrei iwanowitschs sich in einem wenig beneidenswerten zustand befand vieles war vernachlässigt es gab genug schlamperei diebstahl und auch trunksucht und er dachte sich was für ein vieh ist doch dieser tientjetnikow wie kann man nur so ein gut so vernachlässigen er hätte ja ein jahreseinkommen von 50.000 rubeln haben können mehr als einmal kam ihm bei solchen spaziergängen der gedanke selbst einmal das heißt natürlich nicht jetzt sondern später wenn die hauptsache erledigt sein und er die nötigen mittel in händen haben würde selbst einmal ein friedlicher besitzer eines ähnlichen gutes zu werden natürlich dachte er dabei gleich auch an ein junges frisches weibchen mit weißem gesicht aus dem kaufmanns oder einem anderen reichenstande die sogar musikalisch wäre er stellte sich auch die junge generation vor die das geschlecht der tschitschikows verewigen sollte einen lebhaften jungen und eine hübsche tochter oder sogar zwei jungen und zwei oder sogar drei töchter damit alle wissen daß er wirklich gelebt und existiert hatte und nicht als ein schatten oder gespenst über die erde gezogen war damit er sich auch vor seinem vaterlande nicht zu schämen brauchte dann fiel ihm noch ein daß auch eine erhöhung seines ranges gar nicht übel wäre staatsrat ist zum beispiel ein von allen geachteter titel was kommt nicht alles einem menschen beim spaziergange in den sinn was ihn der langweiligen gegenwart entreißt seine phantasie neckt und reizt und wenn er auch selbst überzeugt ist daß dies niemals eintreffen kann auch den leuten tschitschikows gefiel das dorf sehr gut sie fühlten sich darin gleich ihrem herrn bald sehr heimisch petruschka schloss sich sehr schnell dem küchenverwalter grigori an obwohl sie beide zuerst sehr wichtig taten und die nasen rümpften petruschka streute grigori sand in die augen indem er ihm von seinen weiten fahrten erzählte grigori brachte ihn aber gleich mit der erwähnung petersburgs zum schweigen wo petruschka noch nie gewesen war der letztere machte noch den versuch ihm mit der entfernung der gegenden die er besucht hatte zu imponieren aber grigori nannte darauf einen solchen ort der auf keiner karte zu finden war und der ganze dreißigtausend verst weit liegen sollte so daß der diener pawel iwanowitschs vor erstaunen den mund aufriss und sofort vom ganzen hausgesinde ausgelacht wurde trotzdem führte dieser verkehr zu der allerengsten freundschaft am rande des dorfes hielt pimjon der kahle der onkel sämtlicher bauern eine schenke die den namen akulika trug in diesem institut sah man sie zu allen tageszeiten hier waren sie stammgäste selifan fand hier andere versuchungen im dorfe wurden jeden abend lieder gesungen und frühlingsreigen getanzt die rassigen schlanken mädchen wie man sie heute in den größeren dörfern noch kaum finden kann ließen ihn stundenlang mit aufgerissenem munde dastehen es war schwer zu sagen welche von ihnen die schönste war sie alle hatten weiße busen und weiße hälse schöne verschleierte augen bewegungen von pfauen und zöpfe die bis an den gürtel reichten wenn er sie bei ihren weißen händen haltend mit ihnen langsam den reigen tanzte oder mit den anderen burschen als mauer gegen sie vorrückte wenn die mädchen lächelnd sangen ihr herrn zeigt uns den bräutigam wenn die ganze umgegend dunkel wurde und der gesang weit jenseits des flusses traurig wiederhallte so wußte er selbst nicht wie ihm war im schlafe und im wachen am morgen und in der dämmerung glaubte er dann immer in seinen beiden händen weiße mädchenhände zu halten und sich im reigen zu bewegen auch den pferden schitschikows gefiel ihre neue wohnung das deichselpferd der assessor und selbst der schecke fanden den aufenthalt bei gar nicht langweilig den hafer vorzüglich und die lage der stallungen außerordentlich bequem ein jedes hatte zwar seinen abgezäunten stand doch die verschlage waren so niedrig daß man über sie leicht die anderen pferde sehen konnte wenn es einem von ihnen selbst einem das am weitesten stand einfiel plötzlich zu wiern so konnte man ihm augenblicklich antworten mit einem worte alle fühlten sich wie zu hause aber was die angelegenheit betrifft in der pawel iwanowitsch das ganze weite rußland bereiste nämlich die totenseelen so war er in dieser beziehung äußerst vorsichtig und heikel geworden selbst wenn er es mit ausgesprochenen dummköpfen zu tun hatte tientjetnikow aber las doch immerhin bücher philosophierte und suchte verschiedene zusammenhänge zu ergründen warum und weshalb dies und jenes geschah nein ich fange vielleicht besser vom anderen ende an dachte sich tschitschikow aus seinen häufigen gesprächen mit dem hausgesinde erfuhr er daß der herr früher recht oft einen general in der nachbarschaft besucht hatte daß der general eine fräulein tochter habe daß der herr dem fräulein und das fräulein dem herrn aus der sache sei aber nichts geworden und sie seien auseinandergegangen er sah auch selbst daß andrej iwanowitsch mit bleistift und feder fortwährend köpfchen zeichnete die alle einander ähnlich sahen eines tages nach dem essen als er wie gewöhnlich seine silberne schnupftabaksdose um ihre eigene achse drehte sagte er eines fehlt ihnen nur andrej iwanowitsch was denn fragte jener indem er eine krause rauchwolke in die luft steigen ließ eine lebensgefährtin sagte tschitschikow andrej iwanowitsch entgegnete darauf nichts damit war das gespräch zu ende tschitschikow gab aber die sache nicht auf er wählte eine andere zeit vor dem abendessen und sagte während eines gesprächs über dies und jenes ganz unvermittelt sie sollten doch wirklich heiraten andrej iwanowitsch tschitschikow reagierte darauf mit keinem wort als wäre ihm dieses thema höchst unangenehm tschitschikow ließ den mut noch immer nicht sinken zum dritten mal wählte er eine zeit nach dem abendessen und sagte wie ich ihre lebensumstände auch betrachte so sehe ich dass sie heiraten müssen sie verfallen in hypochondrie klangen die worte tschitschikows diesmal besonders überzeugend oder war tientjetnikow diesmal besonders zur aufrichtigkeit geneigt kurz er seufzte auf und sagte indem er den rauch aufsteigen ließ für jede sache muß man als glückspilz geboren sein pawel iwanowitsch und er erzählte ihm die ganze geschichte seiner bekanntschaft mit dem general und ihrer entzweihung als tschitschikow die sache mit allen einzelheiten erfuhr und sah dass die geschichte wegen des einen wortes du entstanden war schien er im ersten augenblick ganz verdutzt eine minute lang sah er tientjetnikow unverwandt in die augen als suchte er sich klar zu werden ob jener ein ausgesprochener dummkopf oder nur etwas blöde sei und schließlich andrei iwanowitsch erlauben sie sagte er seine beiden hände ergreifend was ist das für eine beleidigung was ist denn in dem worte du so verletzend im worte selbst steckt natürlich nichts verletzendes sagte tientjetnikow die beleidigung lag aber nicht im sinne des wortes sondern im ton mit dem es gesprochen wurde du das bedeutet merk es dir dass du eine null bist ich verkehre mit dir nur weil ich keinen besseren habe wenn aber eine fürstin jus jakina gekommen ist so sollst du wissen wo dein platz ist und bei der schwelle stehen das bedeutet dieses wort bei diesen worten sprühten die augen unseres sanften und milden andrei iwanowitschs funken seine stimme zitterte vor beleidigtem ehrgefühl und selbst wenn er es in diesem sinne gebraucht hat was ist denn dabei fragte tschitschikow wie sie wollen daß ich mit ihm nach dieser handlungsweise noch weiter verkehre was ist denn das für eine handlungsweise es ist überhaupt keine handlungsweise sagte tschitschikow kaltblütig wieso ist das keine handlungsweise fragte tientjetnikow erstaunt es ist nur so eine angewohnheit eines generals und keine handlungsweise sie sagen zu allen du warum soll man das auch einem so verdienten und geachteten mann nicht erlauben das ist eine andere sache sagte tientjetnikow wäre er ein greis und arm weder stolz noch eitel noch general so würde ich ihm erlauben mir du zu sagen und dies sogar mit respekt aufnehmen er ist ganz dumm dachte sich tschitschikow einem bettler würde er es erlauben aber einem general nicht schön sagte er laut nehmen wir sogar an dass er sie beleidigt hat sie haben es ihm aber schon heim gezahlt er hat sie beleidigt und sie ihn aber sich mit einem menschen entzweien und dabei eine persönliche sache aufgeben das ist entschuldigen sie wenn man sich schon einmal ein ziel gesteckt hat so muss man es energisch verfolgen wer wird darauf achten dass der andere spuckt der mensch ist schon einmal so beschaffen dass er immer spucken muss finden sie doch in der ganzen welt einen menschen der nicht spuckte ein merkwürdiger kauz ist dieser tschitschikow dachte sich tientjetnikow verdutzt und von diesen worten überrascht ein merkwürdiger kauz ist dieser tientjetnikow dachte sich währenddessen tschitschikow andrei iwanowitsch ich will mit ihnen wie ein bruder sprechen sie sind unerfahren lassen sie mich diese sache in ordnung bringen ich will zu seiner exzellenz hinfahren und ihm erklären daß ein missverständnis vorliege daß alles von ihrer jugend und mangelnden menschen und weltkenntnis komme ich bin nicht geneigt mich vor ihm irgendwie zu erniedrigen sagte tientjetnikow verletzt und ich kann auch sie nicht dazu ermächtigen auch ich bin nicht fähig mich zu erniedrigen sagte tschitschikow verletzt ich kann mir wohl eine andere menschliche schwäche zu schulden kommen lassen doch werde ich mich niemals vor jemand erniedrigen andrei iwanowitsch sie müssen mir meine gute absicht entschuldigen ich hatte nicht erwartet dass sie meine worte in einem beleidigenden sinne auffassen werden dies alles sagte er mit großer würde ich bin schuld entschuldigen sie sagte tientjetnikow gerührt und ergriff ihn hastig bei beiden händen ich wollte sie gar nicht beleidigen ich schwöre ihnen ihre gütige teilnahme ist mir sehr wertvoll brechen wir aber dieses gespräch ab und sprechen wir nie wieder darüber in diesem falle fahre ich ganz einfach zum general wozu denn fragte tientjetnikow ihm erstaunt in die augen blickend um ihm meine hochachtung zu bezeugen ein merkwürdiger mensch ist dieser tschitschikow dachte sich tientjetnikow ich will ihn gleich morgen gegen zehn uhr früh besuchen andrei iwanowitsch ich bin der ansicht je schneller man einem seiner hochachtung bezeugt um so besser da mein reisewagen noch nicht im richtigen zustande ist so gestatten sie mir ihren wagen zu benutzen ich würde schon morgen so gegen zehn uhr früh zu ihm hinfahren aber erlauben sie was ist das für eine bitte sie sind hier der herr und die equipage steht zu ihrer verfügung nach dieser unterhaltung wünschten sie einander gute nacht und zogen sich ein jeder auf sein schlafzimmer zurück nicht ohne über die eigentümlichkeit des andern nachzudenken eine seltsame sache als am anderen morgen die equipage vorfuhr und tschitschikow mit einer beinahe militärischen gewandtheit in einem neuen frack weißer binde und weste hineinsprang und davon fuhr um dem general seine hochachtung zu bezeugen gerietjen tjetnikow in eine solche aufregung wie er sie schon lange nicht empfunden hatte alle seine eingerosteten und verschlafenen gedankengänge wurden plötzlich lebhaft und unruhig eine nervöse erregung bemächtigte sich plötzlich aller gefühle des in sorglosen müßiggang versunkenen faulenzers bald setzte er sich aufs sofa bald trat er ans fenster bald nahm er ein buch vor bald versuchte er zu denken ein vergebliches bemühen kein gedanke kam ihm in den kopf bald versuchte er an nichts zu denken vergebliche mühe bruchstücke von gedanken enden und zipfel von gedanken kamen ihm von allen seiten in den sinn ein seltsamer zustand sagte er und setzte sich ans fenster um auf die den eichenwald durchschneidende landstraße zu schauen an deren ende noch der staub wirbelte wir wollen aber tjetnikow verlassen und tschitschikow folgen ende von abschnitt 26 gelesen von eva k abschnitt 27 von die toten seelen von nikolai vasilievich gogol der zweite teil der toten seelen ist nur als fragment erhalten darum wurde an positionen wo text fehlt folgender ton eingefügt die guten pferde legten mit tschitschikow die zehn verst lange strecke in kaum mehr als einer halben stunde zurück erst ging der weg durch einen eichenwald dann an getreidefeldern vorbei die inmitten frisch gepflügten äckern grünten dann am rande der anhöhe von der aus sich immer neue aussichten boten dann führte er durch eine breite allee von linden deren knospen eben erst aufgingen mitten ins dorf hier machte die allee eine wendung nach rechts verwandelte sich in eine allee von pappeln die unten mit flechtwerk eingefasst waren und endete vor einem gusseisernen gittertor durch das man die reich verzierte fassade des generalshauses mit den acht korinthischen säulen sehen konnte überall roch es nach ölfarbe die alles verjüngt und keinem ding zeit lässt alt zu werden der hof war so sauber wie parkett tschitschikow sprang mit respekt aus dem wagen ließ sich beim general anmelden und wurde direkt ins kabinett geführt der general setzte ihn mit seinem majestätischen äußern in erstaunen er trug einen gesteppten atlassschlafhawk von herrlicher purpurfarbe ein offener blick ein männliches gesicht graumelierter schnurr und backenbart kurzgeschnittenes haar im nacken ein dicker dreistöckiger das heißt dreifalten bildender hals mit einer querfalte mit einem worte es war einer von den malerischen generalen an denen das jahr 1812 so reich gewesen war general betrischtschew hatte wie die meisten von uns eine menge von vorzügen und eine menge von mängeln die einen wie die anderen waren in ihm wie es beim russen so oft der fall ist in malerischer unordnung durcheinander gewürfelt in entscheidenden augenblicken zeigte er großmut tapferkeit grenzenlose freigebigkeit und verstand in allen dingen daneben war er aber launisch ehrgeizig selbstsüchtig und zeigte alle die kleinen empfindlichkeiten ohne die kein russe auskommen kann wenn er ohne arbeit dasitzt und keine entscheidenden er mochte alle die ihn im dienste überholt hatten nicht leiden und äußerte sich über sie bissig in scharfen epigrammen am meisten bekam von ihm einer seiner früheren kameraden ab der nach seiner ansicht wie an klugheit so an fähigkeiten ihm nachstand der ihn aber schon überholt hatte und generalgouverneur zweier gouvernements war wie zum trotz derselben in denen sich seine besitzungen befanden so daß er von ihm gewissermaßen abhing um sich an ihm zu rächen verspottete er ihn bei jeder gelegenheit tadelte jede seiner anordnungen und sah in allen seinen maßnahmen und handlungen den gipfel der dummheit alles war an ihm höchst merkwürdig so war er ein eifriger vorkämpfer jeder aufklärung und liebte es dinge zu wissen die die anderen nicht wussten diejenigen aber die etwas wussten was er nicht wusste konnte er nicht leiden mit einem worte er liebte es mit seinem verstande zu brillieren obwohl er fast ausschließlich von ausländern erzogen worden war wollte er die rolle eines echtrussischen grand seigneur spielen es ist auch nicht zu verwundern daß er bei diesem ungleichmäßigen charakter und den auffallenden inneren widersprüchen auf seiner laufbahn vielen unannehmlichkeiten begegnete so daß er schließlich seinen abschied nehmen mußte dies schrieb er aber einer vermeintlichen feindlichen partei zu und hatte nicht den mut auch nur einen teil der schuld auf sich selbst zu nehmen auch außer dienst behielt er die gleiche malerische und majestätische haltung ganz gleich ob er einen rock einen frack oder einen schlafrock anhatte er war immer derselbe von der stimme bis zur kleinsten gebärde war an ihm alles gebieterisch und befehlend und weckte in den ihm untergebenen wenn nicht achtung so doch jedenfalls furcht tschitschikow empfand das eine wie das andere achtung und furcht den kopf ehrerbietig zur seite geneigt die hände gespreizt wie wenn er ein tablett mit tassen heben wollte verbeugte er sich wunderbar elegant mit dem ganzen rumpfe und sagte ich hielt es für meine pflicht mich eurer exzellenz vorzustellen da ich hohe achtung vor den tugenden der männer habe die das vaterland auf dem schlachtfelde erretteten hielt ich es für meine pflicht mich eurer exzellenz persönlich vorzustellen dem general schien diese einleitung nicht zu missfallen er nickte höchst gnädig mit dem kopfe und sagte es freut mich sehr sie kennen zu lernen wollen sie doch platz nehmen wo haben sie gedient meine dienstliche laufbahn begann tschitschikow sich setzend doch nicht etwa in die mitte des sessels sondern etwas schief und mit der hand die armlehne ergreifend begann im rentamte exzellenz ihren weiteren verlauf nahm dieselbe in verschiedenen ressorts ich war am hofgericht an einer baukommission und am zollamte angestellt mein leben ließe sich mit einem schiffe inmitten meereswellen vergleichen exzellenz ich bin sozusagen mit geduld großgezogen worden und bin man kann wohl sagen die personifizierte geduld was ich aber von meinen feinden auszustehen hatte die mir selbst nach dem leben trachteten das vermag weder ein wort noch eine farbe noch sozusagen ein pinsel wiederzugeben und so suche ich an meinem lebensabend einen winkel um den rest meiner tage zu verbringen vorläufig wohne ich beim nächsten nachbar eurer exzellenz bei wem denn bei zentiertnikow exzellenz der general verzog das gesicht exzellenz er bereut es sehr dass er ihnen nicht den schuldigen respekt erwiesen hat respekt wovor vor den verdiensten eurer exzellenz er findet keine worte er sagt wenn ich nur könnte auf irgendeine weise denn ich weiß sagt er die männer wohl zu schätzen die das vaterland verteidigt haben so sagt er aber erlauben sie was hat er denn ich bin ihm doch gar nicht böse sagte der general viel milder werdend ich habe in meinem herzen eine aufrichtige zuneigung zu ihm gefaßt und bin überzeugt daß aus ihm mit der zeit ein höchst nützlicher mensch werden wird euer exzellenz haben just das richtige wort gebraucht in der tat ein höchst nützlicher mensch er versteht es mit worten zu kämpfen und kann auch gut schreiben ich meine er wird wohl irgendeinen unsinn schreiben macht er nicht verse nein eure exzellenz es ist kein unsinn es ist etwas sehr vernünftiges er schreibt eine geschichte euer exzellenz eine geschichte was für eine eine geschichte tschitschikow machte hier eine pause entweder weil vor ihm ein general saß oder um einfach der sache einen größeren nachdruck zu verleihen er fuhr fort eine geschichte der generale exzellenz wieso der generale welcher generale der generale im allgemeinen exzellenz das heißt eigentlich der vaterländischen generale tschitschikow kam plötzlich ganz aus dem konzept er war nahe daran auszuspucken und sagte zu sich selbst mein gott was schwatze ich da zusammen entschuldigen sie ich verstehe es nicht ganz was soll es denn werden die geschichte einer bestimmten epoche oder eine reihe einzelner biographien gedenkt er alle generale aufzunehmen oder nur die die an den ereignissen des jahres beteiligt waren gewiss euer exzellenz nur solche die im jahre 1812 beteiligt waren nachdem er dies gesagt dachte er sich man schlage mich tot ich verstehe nichts warum kommt er dann nicht mal zu mir ich könnte ihm recht viel interessantes material liefern er getraut sich nicht exzellenz unsinn wegen eines dummen wortes das ich so ganz zwischen uns fallen gelassen habe ich bin ja nicht so ein mensch ich bin sogar bereit selbst zu ihm hinzufahren das wird er nicht zulassen er wird selbst herkommen sagte tschitschikow nun hatte er seine selbstbeherrschung wieder und dachte sich dieses glück wie gut habe ich es mit den generalen getroffen die sind mir aber ganz zufällig eingefallen im kabinett raschelte es die nussholztür eines geschnitzten schrankes ging ganz von selbst auf und auf ihrer rückseite zeigte sich die hand an der messingklinke ein reizendes lebendes bild wäre plötzlich in einem dunklen zimmer ein von starken lampen durchleuchtendes transparentbild erschienen so hätte es durch die plötzlichkeit seines erscheinens keinen so mächtigen eindruck machen können wie diese kleine gestalt offenbar war sie ins zimmer getreten um etwas zu sagen als sie aber einen unbekannten sah mit ihr zugleich war gleichsam ein sonnenstrahl eingedrungen und das ganze düstere kabinett des generals schien zu lächeln tschitschikow konnte sich im ersten augenblick keine rechenschaft darüber ablegen was eigentlich vor ihm stand es war schwer zu sagen aus welchem lande sie stammte ein so reines edles gesichtsoval könnte man wohl nirgends finden höchstens auf antiken kamen schlank und leicht wie ein pfeil schien sie alles zu überragen es war aber nur eine täuschung sie war gar nicht groß gewachsen die täuschung beruhte auf dem ungewöhnlich harmonischen verhältnis ihrer glieder zueinander ihr kleid saß so als hätten sich die besten schneiderinnen zusammengetan um sich zu beraten wie sie am besten zu kleiden wäre aber auch das war eine täuschung ihr kleid war ganz von selbst entstanden die nadel hatte ein nicht mal zugeschnittenes stück einfarbigen stoffes aufs grade wohl an zwei oder drei stellen zusammengerafft und schon hatte er sich selbst in so wunderbaren falten um sie geschmiegt dass wenn man sie auf einem bilde darstellen wollte alle nach der mode gekleideten jungen mädchen im vergleich zu ihr wie bunte puppen vom trödelmarkte aus gesehen hätten hätte man sie aber mit allen falten des sie umschmiegenden gewandes in marmor nachgebildet so würde man das werk einem genialen künstler zuschreiben nur eines war nicht gut sie war gar zu schlank und hager ich will ihnen meinen liebling vorstellen sagte der general sich an tschitschikow wendend ihren familiennamen auch ihren vor- und vaternamen weiß ich übrigens noch immer nicht soll man denn den vor- und vaternamen eines menschen kennen der sich durch keinerlei tugenden ausgezeichnet hat sagte tschitschikow bescheiden den kopf auf die seite neigend man muss doch immerhin wissen pavil iwanowitsch exzellenz sagte tschitschikow indem er sich mit einer beinahe militärischen gewandtheit verbeugte und mit der leichtigkeit eines gummiballs zurückprallte ulinka wandte sich der general an die tochter pavil iwanowitsch hat soeben eine höchst interessante neuigkeit mitgeteilt unser nachbar tschitschikow ist doch nicht so dumm wie wir es geglaubt haben er befasst sich mit einer recht wichtigen arbeit er schreibt die geschichte der generale des jahres 1812 wer hat denn geglaubt daß er dumm sei entgegnete sie schnell höchstens wie schnipakromow dem du so vertraust der aber ein hohler und gemeiner mensch ist warum denn gemein etwas hohl ist er allerdings sagte der general er ist auch etwas gemein und niederträchtig und nicht nur etwas hohl wer seine brüder so schlecht behandelt und seine leibliche schwester aus dem hause gejagt hat der ist ein gemeiner mensch das erzählt man sich nur solche dinge wird man nicht ohne grund erzählen ich verstehe es wirklich nicht vater wie du es mit deinem guten und edlen herzen fertig bringst mit einem menschen zu verkehren der von dir so verschieden ist wie die erde vom himmel und von dem du selbst weißt dass er schlecht ist nun sehen sie sagte der general lächelnd zu tschitschikow so streiten wir uns immer herum darauf wandte er sich an seine opponentin und fuhr fort herzchen ich kann ihn doch nicht hinausjagen warum denn hinausjagen aber warum erweist du ihm so viel aufmerksamkeit warum liebst du ihn hier hielt es tschitschikow für nötig ins gespräch einzugreifen alle menschen verlangen nach liebe gnädiges fräulein sagte tschitschikow was soll man machen auch das haustier liebt es dass man es streichelt es steckt seine schnauze aus dem stalle heraus bitte streichle mich der general fing an zu lachen ja es steckt wirklich seine schnauze heraus bitte streichle mich auch so ein kerl hat nicht nur die schnauze sondern den ganzen körper voll dreck und doch verlangt er anerkennung und der ganze körper des generals erbebte vor lachen seine schultern die einst mit üppigen epaulettes geschmückt waren zitterten so als ob sie auch jetzt noch die üppigen epaulettes trügen auch tschitschikow gab eine interjektion des lachens von sich doch aus respekt vor dem general wandte er hierbei den vokal e an auch sein körper erzitterte vor lachen aber die schultern zitterten nicht da sie niemals üppige epaulettes getragen hatten so einer bestiehlt den staat und dann verlangt er noch eine belohnung diese kanaille ich muß sagt er meine anerkennung haben denn ich habe mich so abgemüht das edle liebreizende gesicht des jungen mädchens zeigte einen schmerzlichen ausdruck ach papa ich verstehe nicht wie du bloß lachen kannst mich stimmen solche ehrlosen handlungen nur traurig wenn ich sehe daß ein betrug ganz öffentlich verübt wird und der schuldige nicht von allgemeiner verachtung bestraft wird so weiß ich gar nicht wie mir ist ich werde dann zornig und sogar schlecht ich denke ich denke und sie brach beinahe in tränen aus bitte sei uns nur nicht böse sagte der general wir können nichts dafür nicht wahr wandte er sich an tschitschikow gib mir einen kuß und geh ich werde mich gleich zum mittagessen umkleiden ich hoffe sagte er tschitschikow gerade in die augen blickend daß du bei mir zu mittag ist wenn es nur eurer exzellenz bitte ohne rangordnung ich bin noch gott sei dank in der lage einen gast zu bewirten eine kohlsuppe wird es immer geben tschitschikow spreizte beide arme und neigte den kopf dankbar und ehrfurchtsvoll so daß alle gegenstände im zimmer für eine weile seinen blicken entschwanden und er nur noch die spitzen seiner halbschuhe sehen konnte nachdem er eine zeitlang in dieser ehrerbietigen stellung verharrt hatte hob er den kopf wieder sah aber ulinka nicht mehr sie war verschwunden an ihrer stelle stand ein riesenhafter kammerdiener mit mächtigem schnurr und backenbart mit einer silbernen schüssel und einem waschbecken in der hand du erlaubst doch daß ich mich in deiner gegenwart anziehe sie dürfen sich in meiner gegenwart nicht nur anziehen sondern auch alles andere verrichten was eurer exzellenz beliebt der general zog den einen arm aus dem schlafrock heraus krempelte die hemdärmel auf den starken armen auf und begann sich zu waschen wobei er wie eine ente um sich spritzte und prustete das seifenwasser flog nach allen seiten ja sie lieben wirklich anerkennung sagte er während er sich seinen hals ringsherum abtrocknete ein jeder will gestreichelt sein ohne die anerkennung wird er wohl gar nicht stehlen wollen tschitschikow war in einer unbeschreiblich guten laune plötzlich kam über ihn begeisterung der general ist ein lustiger und gutmütiger kerl warum sollte ich es nicht versuchen dachte er sich als er sah daß der kammerdiener mit der schüssel hinausgegangen war rief er aus euer exzellenz da sie schon so gütig und aufmerksam gegen alle sind wende ich mich an sie mit einer großen bitte was ist's für eine bitte tschitschikow sah sich um ich habe exzellenz einen alten onkel er besitzt dreihundert seelen und zweitausend außer mir gibt es keine erben in folge seines alters kann er sein gut nicht selbst verwalten will es aber auch nicht mir anvertrauen und zwar mit einer sehr merkwürdigen begründung er sagt ich kenne meinen neffen nicht vielleicht ist er ein verschwender er soll mir zuerst zeigen daß er zuverlässig ist soll er sich erst dreihundert seelen erwerben dann werde ich ihm auch meine dreihundert überlassen er ist also ganz dumm fragte der general dass er dumm ist wäre noch nicht das schlimmste aber versetzen sie sich in meine lage exzellenz der alte hat sich eine haushälterin zugelegt und die haushälterin hat kinder es kann leicht passieren dass die alles erben der dumme greis hat seinen letzten verstand verloren das ist alles versetzte der general ich sehe aber nicht ein wie ich hier helfen könnte sagte er tschitschikow erstaunt anblickend ich habe mir folgendes ausgedacht wenn sie mir alle toten seelen ihres gutes in der form überlassen als ob sie noch am leben wären exzellenz durch einen kaufvertrag so könnte ich diesen kaufvertrag dem alten vorweisen und dann würde er mir die erbschaft ausfolgen der general fing hier so laut zu lachen an wie wohl noch kein mensch gelacht hat so wie er stand fiel er in den sessel er warf den kopf in den nacken und schien am ersticken das ganze haus geriet in unruhe der kammerdiener erschien im kabinett die tochter kam erschrocken herbeigelaufen vater was hast du fragte sie ihm ganz ratlos in die augen blickend der general vermochte aber lange keinen ton von sich zu geben es ist nichts liebling hab nur keine angst geh auf dein zimmer wir kommen gleich zu tisch sei unbesorgt nachdem ihm noch einige mal der atem ausgegangen war brach er mit neuer kraft in sein generals lachen aus das vom vorzimmer bis zum entlegensten zimmer wiederhallte tschitschikow geriet ernsthaft in unruhe der onkel ach der onkel wird der ein dummes gesicht machen hahaha statt der lebenden wird er tote kriegen hahaha er fängt schon wieder an dachte sich tschitschikow wie kitzlich er ist daß er nun nicht zerspringt hahaha fuhr der general fort so ein esel daß ein mensch nur auf so eine idee kommt soll er sich erst selbst dreihundert seelen erwerben dann werde ich ihm auch meine dreihundert seelen erwerben überlassen er ist doch ein esel es stimmt exzellenz er ist ein esel aber auch dein einfall dem alten tote vorzusetzen ist nicht schlecht hahaha ich würde gott weiß was alles hergeben um dabei zu sein wenn du ihm den kaufvertrag bringst wie ist er sonst sehr alt 80 jahre er bewegt sich aber noch ist rüstig er muss doch noch rüstig sein wenn er mit einer haushälterin zusammen lebt gar nicht rüstig exzellenz er zerfällt beinahe dieser dumm kopf er ist doch ein dumm kopf sehr recht exzellenz ein dumm kopf er fährt aber noch aus geht in gesellschaft hält sich noch auf den beinen er hält sich noch wenn auch mit mühe dieser dumm kopf ist aber noch rüstig hat noch zähne nur noch zwei zähne exzellenz dieser esel nimm es mir nicht übel bruder wenn es auch dein onkel ist er ist doch ein esel er ist ein esel exzellenz er ist zwar mein verwandter und es fällt mir schwer es einzugestehen aber was soll ich machen tschitschikow log es fiel ihm gar nicht schwer es einzugestehen umso weniger als er wohl kaum je einen onkel gehabt hat wollen also exzellenz mir die ich soll dir die toten seelen überlassen für eine so glänzende idee will ich sie dir mit dem boden und mit ihren behausungen überlassen nimm dir den ganzen friedhof aber der alte der alte wird der zum narren gehalten und das lachen des generals wieder halte wieder in allen zimmern des generals hauses ende von abschnitt 27 gelesen von ifa k abschnitt 28 von die toten seelen von nikolai vasilievich gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil drittes kapitel eins wenn der oberst kaskaryow wirklich verrückt ist so wäre das gar nicht schlecht sagte sich tschitschikow als er sich wieder inmitten freier felder befand als alles verschwunden war und er nur noch das himmelsgewölbe und zwei wolken seitwärts sah selifan hast du dich auch ordentlich erkundigt wie man zum obersten kaskaryow fährt pawel iwanowitsch ich war so sehr mit dem wagen beschäftigt dass ich keine zeit dazu hatte petruschka hat aber den kutscher ausgefragt dumm kopf ich habe dir schon so oft gesagt dass man sich auf petruschka nicht verlassen darf petruschka ist wohl auch jetzt besoffen als ob es eine große weisheit wäre sagte petruschka sich halb umwendend und nach tschitschikow schielend man fährt den berg hinunter und schlägt dann den weg durch die wiesen ein das ist alles fusel ist wohl alles was du im munde gehabt hast du bist wirklich schön man kann wohl sagen du setzt durch deine schönheit ganz europa in erstaunen nach diesen worten streichelte sich tschitschikow sein kinn und dachte sich was ist doch für ein unterschied zwischen einem gebildeten bürger und einer groben lakaien physiognomie die equipage rollte indessen den berg hinunter wieder zeigten sich weite wiesen mit hier und da verstreutem die bequeme equipage fuhr auf ihren elastischen federn leise zitternd vorsichtig die kaum merkliche bodensenkung hinab und rollte dann über wiesen an mühlen vorbei laut auf den brücken dröhnend und auf dem weichen boden leicht schaukelnd der körper des fahrenden bekam aber auch nicht einen erdbuckel zu spüren das reinste vergnügen und keine equipage weidengebüsch dünne espen und silberpappeln flogen schnell an ihnen vorbei und peitschten mit ihren zweigen die auf dem bocke sitzenden selifan und petruschka dem letzteren schlugen sie jeden augenblick die mütze vom kopfe der mürrische diener sprang dann jedesmal vom bocke schimpfte auf den baum und auf dessen besitzer der ihn gepflanzt hatte wollte aber trotzdem seine mütze weder festbinden noch mit der hand festhalten da er immer noch hoffte daß dies das letzte mal gewesen sei und nicht mehr vorkommen werde zu den bäumen gesellten sich bald birken und hier und da tannen unten an den wurzeln wucherte dichtes gras und darin leuchteten blaue schwertlilien und gelbe waldtulpen im walde wurde es immer dunkler so daß man glaubte es werde bald die nacht einbrechen plötzlich drangen aber zwischen den essen und baumstümpfen lichtstrahlen durch wie von hellen spiegeln geworfen die bäume standen nicht mehr so dicht beieinander die lichtreflexe nahmen zu und da liegt schon vor ihnen ein see eine wasserfläche von etwa vier werstdurchmesser auf dem gegenüberliegenden ufer erhob sich über dem see ein dorf das aus grauen blockhäusern bestand auf dem wasser tönten schreie an die zwanzig mann bis an den gürtel bis an die schultern bis an den hals im wasser stehend schleppten ein netz ans jenseitige ufer es hatte sich ein seltsamer unfall ereignet zugleich mit den fischen war ein kugelrunder herr in das netz geraten der ebenso breit als lang war und einer wassermelone oder einem fäßchen glich er befand sich in verzweifelter lage und schrie aus vollem halse denise du tölpel gib es doch dem kusma kusma nimm das ende dem denise ab forma der große dräng nicht so geh hin wo forma der kleine steht ihr teufel ich sag's euch ja ihr werdet noch das netz zerreißen die wassermelone war offenbar nicht um sich selbst besorgt infolge seiner dicke konnte er gar nicht ertrinken und wenn er noch so sehr zappelte um unterzutauchen würde ihn das wasser immer wieder heben und wenn sich noch zwei menschen auf seinen rücken setzten so bliebe er dennoch wie eine eigensinnige schwimmblase auf der oberfläche des wassers und würde unter der last nur ein wenig ächzen und aus der nase luftblasen aufsteigen lassen er hatte aber große angst das netz könnte zerreißen und die fische würden entschlüpfen aus diesem grunde mußten einige männer die am ufer standen ihn mit eigens befestigten stricken herausziehen das wird wohl der herr oberst kaskaryow sein sagte selifan warum weil sein körper wie sie zu sehen belieben weißer ist als bei den anderen auch hat er die edle körperfülle eines herrn den herrn der ins netz geraten war hatte man indessen beträchtlich näher ans ufer gezogen als er fühlte dass er den grund mit den füßen erreichen konnte richtete er sich auf und bemerkte im gleichen augenblick die den damm herunterfahrende equipage und den in ihr sitzenden tschitschikow haben sie schon zu mittag gegessen schrie der herr mit den gefangenen fischen in der hand ans ufer tretend und noch ganz ins netz verstrickt er erinnerte dabei an ein damenhändchen im durchbrochenen die eine hand hielt er zum schutze gegen die sonne über die augen die andere etwas tiefer unten wie die dem bade entsteigende venus von medici nein entgegnete tschitschikow die mütze lüftend und ihn aus dem wagen begrüßend nun dann danken sie gott warum denn fragte tschitschikow interessiert die mütze über dem kopfe haltend das will ich ihnen gleich zeigen forma der kleine laß das netz und hol mal den stör aus dem bottich kusima du tölpel geh hin hilf ihm die beiden fischer hoben aus dem bottich den kopf eines ungeheuers ist das ein fürst ist aus dem flusse in den see geraten schrie der kugelrunde herr fahren sie doch in den hof kutscher nimm den weg unten durch die gemüsefelder forma der große du tölpel lauf hin und öffne das gatter er wird sie begleiten ich komme gleich nach der langbeinige und barfüßige forma der große lief so wie er war im bloßen hemd vor dem wagen her durch das ganze dorf wo vor jedem hause allerlei netze reusen und andere fischereigeräte hingen sämtliche bauern waren fischer dann hob er ein gatter und der wagen fuhr zwischen gemüsegärten auf den dorfplatz wo die hölzerne kirche stand hinter der kirche waren in einiger entfernung die dächer der gutsgebäude zu sehen ein kauz ist dieser kaschkaryov dachte sich tschitschikow da bin ich schon erklang eine stimme von der seite tschitschikow sah sich um der herr fuhr schon neben ihm her fertig angezogen in einem grasgrünen nankingrock und gelber hose sein hals war aber unbekleidet wie bei einem kupido er saß seitwärts in seiner droschke nahm aber die ganze droschke ein tschitschikow wollte ihm etwas sagen aber der dicke war schon verschwunden die droschke tauchte wieder an der stelle auf wo man die fische aus dem netze nahm wieder hörte man ihn schreien forma der große forma der kleine kuzma denis als aber tschitschikow vor der freitreppe des herrenhauses anlangte stand der dicke herr zu seinem größten erstaunen schon da und schloß ihn in seine arme wie er es fertiggebracht hatte so schnell hier und dort zu sein war ein rätsel sie küßten sich nach altrussischer sitte dreimal über kreuz der herr war ein mann vom alten schrot und korn ich bringe ihnen die grüße seiner exzellenz sagte tschitschikow von welcher exzellenz von ihrem verwandten dem general alexandr dmitrievich wer ist alexandr dmitrievich der general betrischtschew antwortete tschitschikow erstaunt ich kenne ihn nicht sagte jener erstaunt tschitschikows erstaunen wurde noch größer wie ist es nun ich hoffe wenigstens das vergnügen zu haben mit dem obersten kaschkaryow zu sprechen nein hoffen sie lieber nicht sie sind nicht zu ihm sondern zu mir gekommen pjotr petrowitsch petuch petuch petrowitsch fiel ihm der hausherr ins wort tschitschikow war ganz starr was ist denn das wandte er sich an silifan und petruschka die gleichfalls ihre münder aufsperrten und mit den augen glotzten der eine auf dem bocke sitzend der andere vor dem wagenschlag stehend was habt ihr angestellt dummköpfe ich habe euch doch gesagt zum obersten kaschkaryow das ist aber pjotr petrowitsch petuch die burschen haben es vorzüglich getroffen geht nur in die küche man wird euch dort ein glas schnaps geben sagte pjotr petrowitsch petuch spannt die pferde aus und geht gleich in die gesindestube ich muss mich genieren ein so unerwarteter irrtum sagte tschitschikow nein das ist kein irrtum kosten sie erst das mittagessen und dann werden sie sagen ob es ein irrtum ist ich bitte ergebenst sagte petuch tschitschikow unterfassend und in die inneren gemächer führend aus den inneren gemächern kamen ihnen zwei jünglinge in sommerröcken entgegen schlank wie weidenruten beide überragten ihren vater um eine ganze elle meine söhne gymnasiasten sind für die feiertage hergekommen nikolasha du bleibst mit dem gast und du alexascha kommst mit mir mit diesen worten verschwand er tschitschikow widmete sich dem nikolasha nikolasha versprach ein ziemlich gemeiner mensch zu werden er erzählte tschitschikow sofort daß es sich gar nicht lohne das gymnasium in der gouvernementstadt zu besuchen und daß er und sein bruder die absicht haben nach petersburg zu gehen weil die provinz es gar nicht verdiene daß man in ihr wohne ich verstehe wohl dachte sich tschitschikow die sache wird wohl mit den konditoreien und boulevards enden übrigens sagte er laut in welchem zustande befindet sich das gut ihres herrnvaters es ist verpfändet sagte der herr vater der plötzlich wieder im salon war es ist verpfändet es ist schlimm dachte sich tschitschikow so wird bald kein einziges gut übrig bleiben ich muss mich beeilen es ist aber schade sagte er teilnahmsvoll dass sie sich beeilt haben es zu verpfänden nein das macht nichts sagte pietuch man sagt es sei vorteilhaft alle tun es warum soll ich hinter den anderen zurückbleiben auch habe ich bisher immer hier gelebt nun will ich mal versuchen in moskau zu leben auch meine söhne raten mir dazu sie wollen sich in der residenzstadt bilden ein dummkopf ein dummkopf dachte sich tschitschikow er wird alles durchbringen und auch seine söhne zu verschwendern machen das gut ist gar nicht übel wenn man so hinsieht so haben es die bauern gut und auch die besitzer haben es nicht schlecht wenn sie sich aber ihre bildung aus den restaurants und theatern holen so wird alles zum teufel gehen dieser fleischkuchen sollte doch lieber auf dem lande bleiben ich weiß aber was sie sich denken sagte pietuch was denn fragte tschitschikow verlegen sie denken sich ein dummkopf ist dieser pietuch hat mich zum mittagessen eingeladen vom essen ist aber noch nichts zu sehen es wird schon fertig werden verehrtester ein geschorenes mädel kann sich nicht so schnell den zopf flechten als das essen auf den tisch kommt papachen platan michailowitsch kommt gerade geritten sagte alexascha zum fenster hinausblickend er kommt auf seinem braunen sagte nikolascha sich zum fenster beugend wo ist er denn wo ist er denn schrieb pietuch ans fenster tretend wer ist dieser platan michailowitsch fragte tschitschikow alexascha unser nachbar platan michailowitsch platonow ein vorzüglicher mensch ein herrlicher mensch erwiderte pietuch selbst indessen trat platonow ein hübscher schlanker mann mit hellblonden glänzenden lockigen haaren selbst ins zimmer ihm folgte mit dem messingbeschlagenen halsband klirrend ein gar schrecklich aussehender hund namens jarb haben sie schon zum mittag gegessen fragte ihn der hausherr ich habe schon gegessen sie sind gekommen um mich zu spotten was taugen sie mir wenn sie schon gegessen haben der gast versetzte lächelnd ich will ihnen zum trost sagen dass ich nichts gegessen habe ich habe keinen appetit wenn sie nur unseren fang gesehen hätten den riesenstör die riesen karpfen und karauschen man ärgert sich sogar wenn man ihnen zuhört warum sind sie immer so lustig warum sollte ich mich langweilen erlauben sie doch warum man sich langweilen soll weil es eben langweilig ist sie essen zu wenig das ist alles versuchen sie mal ordentlich zu mittag zu essen diese langweile hat man erst in der allerletzten zeit erfunden früher hat sich kein mensch gelangweilt prahlen sie doch nicht als ob sie sich niemals gelangweilt hätten nein niemals ich kenne das gar nicht habe auch keine zeit um mich zu langweilen wenn ich am morgen erwache kommt gleich der koch und ich muss ihm das mittagessen bestellen dann trinke ich tee dann kommt der verwalter dann muss ich zum fisch fangen und dann ist es auch schon zeit zum mittagessen nach dem essen habe ich kaum zeit ein schläfchen zu machen da kommt schon wieder der koch und ich muß ihm das abendessen bestellen nach dem abendessen kommt wieder der koch und ich muß ihm das essen für den anderen tag bestellen wann soll ich mich langweilen während dieses gesprächs betrachtete tschitschikow den gast der ihn durch seine ungewöhnliche schönheit seinen schlanken wuchs die frische der unverbrauchten jugend und die jungfräuliche reinheit des von keinem pickel verunstalteten gesichts in erstaunen setzte weder leidenschaft noch kummer noch etwas wie unruhe oder sorge hatten es gewagt sein jungfräuliches gesicht zu berühren und darauf auch nur eine runzel zu bilden sie hatten es aber auch nicht belebt er blieb irgendwie verschlafen trotz des ironischen lächelns das es zuweilen erhellte auch ich kann wenn sie mir die bemerkung gestatten sagte tschitschikow unmöglich verstehen wie sie mit ihrem äußern sich langweilen können natürlich wenn man an geldmangel leidet oder feinde hat die einem manchmal sogar nach dem leben trachten glauben sie mir unterbrach ihn der schöne gast zur abwechslung möchte ich mal gerne irgendeine aufregung erleben daß mich zum beispiel jemand in wut versetzt ich habe aber nicht mal das es ist mir einfach langweilig das ist alles also haben sie nicht genug land oder zu wenig leibeigene keine spur mein bruder und ich besitzen zusammen etwa zehntausend desjatinen und über tausend bauern seltsam das verstehe ich nicht vielleicht hat es bei ihnen missernten oder seuchen gegeben sind ihnen viele bauern männlichen geschlechts gestorben im gegenteil alles ist in der besten ordnung und mein bruder versteht sich ausgezeichnet auf die wirtschaft und dabei langweilen sie sich das verstehe ich nicht sagte tschitschikow und zuckte die achseln die langeweile wollen wir gleich verjagen sagte der hausherr alex sascha lauf mal schnell nach der küche und sag dem koch er möchte uns gleich einige pastetchen herschicken wo stecken aber der faulpelz jemilian und der dieb antoschka warum bringt man uns die vorspeisen nicht da ging aber die türe auf der faulpelz jemilian und der dieb antoschka erschienen mit servietten deckten den tisch und stellten ein tablett auf mit sechs karaffen mit schnäpsen aller farben um die karaffen entstand bald eine kette von tellern mit allerlei appetitreizenden speisen die diener bewegten sich flink und brachten immerfort neue zugedeckte teller in denen man die geschmolzene butter zischen hörte der faulpelz jemilian und der dieb antoschka machten ihre sache vorzüglich ihre spitznamen hatten sie offenbar nur zur ermunterung erhalten der herr schimpfte sonst gar nicht gern und war höchst gutmütig der russe kann aber ohne ein kräftiges wort gar nicht auskommen er braucht es wie ein gläschen schnaps zur verdauung was soll man machen so ist mal seine natur er liebt nichts ungesalzenes und ungepfeffertes nach den vorspeisen kam das eigentliche mittagessen der gutmütige hausherr wurde hier zu einem wahren räuber sobald er bei jemand nur ein stück auf dem teller bemerkte legte er gleich ein zweites stück dazu mit der bemerkung weder ein mensch noch ein vogel kann auf der welt allein leben wenn jemand zwei stück hatte so legte er ihm ein drittes dazu und sagte was ist zwei für eine zahl gott liebt die dreizahl hatte der gast drei stücke verzehrt so sagte er ihm wo gibt's einen wagen auf drei rädern wer baut ein haus mit drei ecken für vier hatte er auch eine redensart für fünf wieder eine andere tschitschikow hatte beinahe zwölf stücke gegessen und dachte sich jetzt wird der hausherr wohl nichts mehr sagen können doch gefehlt der hausherr legte ihm ohne ein wort zu sagen den ganzen rückenteil eines am spieß gebratenen kalbes mit den nieren auf den teller und was für eines kalbes zwei jahre habe ich es mit milch ernährt sagte der hausherr habe es wie ein eigenes kind gepflegt ich kann nicht mehr sagte tschitschikow versuchen sie es erst und dann können sie sagen ich kann nicht mehr es ist kein platz mehr in mir auch in der kirche war kein platz da kam aber der stadthauptmann und sofort fand sich platz und doch war solch ein gedränge dass kein apfel zu boden fallen konnte versuchen sie es nur dieses stück ist auch so ein stadthauptmann versuchte das stück war in der tat eine art stadthauptmann es fand sich noch platz dafür obwohl er anfangs glaubte es könne nichts mehr hinein wie kann nur so ein mensch nach petersburg oder nach moskau ziehen bei seiner gastfreundschaft ist er nach drei jahren am bettelstab tschitschikow kannte nämlich den neuesten fortschritt noch nicht man kann auch ohne so gastfrei zu sein sein ganzes vermögen nicht nur in drei jahren sondern auch in drei monaten durchbringen piertuch fühlte die gläser fortwährend nach was die gäste nicht austranken das mussten seine söhne alex sascha und nikolascha austrinken diese tranken ein glas nach dem anderen und man konnte schon sehen auf welches gebiet des menschlichen wissens sie sich in der hauptstadt verlegen würden den gästen ging es aber ganz anders mit der größten mühe schleppten sie sich auf den balkon wo sie mit der gleichen großen mühe in sessel sanken kaum hatte sich der hausherr in seinen viersitzigen sessel gesetzt als er sofort einschlief sein massiver körper verwandelte sich in einen großen blasebalg und aus seinem offenen munde und den nasenlöchern kamen töne wie sie selbst den neueren komponisten selten einfallen man hörte zugleich eine trommel eine flöte und ein eigentümliches abgerissenes dröhnen das am ehesten an hundegebell erinnerte wie er pfeift sagte platonow tschitschikow mußte lachen natürlich wenn man so gegessen hat wie kann man sich da noch langweilen da kommt einfach der schlaf nicht wahr gewiss und doch kann ich sie entschuldigen mich schon nicht verstehen wie man sich langweilen kann gegen die langeweile gibt es so viele mittel was für mittel für einen so jungen mann gibt es doch mancherlei er kann tanzen irgendein instrument spielen er kann auch heiraten wen gibt es denn in der umgegend keine hübschen und reichen mädchen ich wüsste nicht dann muss man eben anderswo suchen eine kleine reise machen plötzlich kam tschitschikow ein glänzender gedanke ja das ist wirklich ein ausgezeichnetes mittel sagte er platonow gerade in die augen blickend was für eines reisen wohin soll man denn reisen nun wenn sie freie zeit haben so fahren sie doch mit mir sagte tschitschikow er sah platonow an und dachte sich das wäre wirklich schön alle auslagen werden dann geteilt und die reparatur des wagens schreibe ich ihm ganz auf die rechnung wo fahren sie denn hin vorläufig fahre ich weniger in eigenen geschäften als in einer fremden angelegenheit der general betrischtschew mein naher freund und ich darf wohl sagen wohltäter bat mich seine verwandten zu besuchen verwandte hin verwandte her doch ich fahre sozusagen zum teil auch zum eigenen nutzen denn die welt und den strudel der menschen sehen ist man mag sagen was man will gleichsam ein lebendiges buch eine eigene wirtschaft während er dies sagte dachte er bei sich das wäre wirklich schön ich könnte es auch so einrichten dass er die ganzen auslagen trägt und dass wir sogar mit seinen pferden fahren die meinen könnte er indessen auf seinem gute verpflegen warum soll ich nicht die kleine reise machen dachte sich indessen platonow zu hause habe ich nichts zu tun die wirtschaft wird ohnehin von meinem bruder verwaltet folglich kann nichts in unordnung geraten warum soll ich nicht in der tat die kleine reise machen wären sie einverstanden sagte er laut bei meinem bruder an die zwei tage zu gast zu bleiben sonst läßt er mich nicht fort mit dem größten vergnügen sogar drei tage also abgemacht wir fahren sagte platonow sichtbar lebhafter werdend so wurde die sache beschlossen wir fahren wohin denn wohin rief der hausherr aus seinem schlafe erwachend und sie anglotzend nein meine herren ich habe schon die räder von ihren wagen abnehmen lassen und was ihren hengst betrifft platon michailowitsch so hat man ihn schon fünfzehn verst weit von hier weggeführt nein heute übernachten sie bei mir morgen essen wir ordentlich zum frühstück und dann können sie fahren was war mit diesem pietuch zu machen man musste bleiben dafür wurden sie mit einem wunderbaren frühlingsabend belohnt der hausherr veranstaltete eine bootfahrt auf dem flusse zwölf ruderer mit 24 rudern führten sie unter gesängen über die spiegelglatte fläche des sees aus dem see kamen sie in den fluss der zwischen flachen ufern in die unendlichkeit hinzog in einem fort mußten sie unter den quer über den fluss gespannten tauen durchfahren die irgendwie zum fischfang dienten das wasser war vollkommen unbeweglich lautlos wechselten die bilder ab ein gehölz nach dem anderen erfreute das auge durch die verschiedenartige anordnung der bäume die ruderer holten auf einmal kräftig mit allen vierundzwanzig rudern aus und das boot flog ganz von selbst wie ein leichter vogel über die unbewegliche wasserfläche dahin der vorsänger ein breitschultriger bursche der am dritten platz vom steuer saß stimmte mit seiner reinen glockenhellen stimme die ersten töne des liedes an die aus einer nachtigallkehle zu kommen schienen fünf andere fielen ein die übrigen sechs vervollständigten den chor und das lied floss dahin grenzenlos wie russland pietuch geriet in ekstase und half mit wo dem chor die kraft fehlte und selbst tschitschikow fühlte sich als russe nur platonow allein dachte sich was ist eigentlich an diesem traurigen lied schön es macht einen nur noch trauriger sie fuhren in der dämmerung zurück die ruder schlugen das wasser das den himmel nicht mehr spiegelte in der dunkelheit landeten sie am ufer wo überall feuer brannten die fischer kochten auf drei füßen eine suppe aus frisch gefangenen barschen alles war schon zu hause das vieh und das geflügel der bauern war schon längst in den ställen der staub den sie aufgewirbelt hatten hatte sich schon gelegt und die hirten die das vieh heim getrieben hatten standen vor den toren und warteten auf einen topf milch oder auf eine einladung zur fischsuppe in der dämmerung hörte man leise gespräche der menschen und hundegebell das aus einem anderen dorfe herüberklang der mond ging auf und die dunkle umgebung begann sich zu erhellen alles erhellte sich herrliche bilder es war aber niemand da der sie bewundern konnte nikolasha und alexascha verschmähten es auf zwei wilde hengste zu steigen und einander überholend an diesen bildern vorbeizujagen und zogen es vor an moskau an die konditoreien und die theater zu denken von denen ihnen ein aus der hauptstadt zugereister kadett so viel erzählt hatte ihr vater dachte daran was er seinen gästen zum abendessen vorsetzen sollte platonow gähnte am lebhaftesten zeigte sich tschitschikow nein wirklich ich muss mir mal so ein gut anschaffen und er dachte auch sofort an das junge weibchen und an die kleinen tschitschikows Ende von abschnitt 28 gelesen von eva k